hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen runde little alchemy 2 so im spiel geht es eigentlich darum verschiedene elemente miteinander zu kombinieren um dann andere sachen heraus zu bekommen ich habe schon ein bisschen was gemacht beispielsweise habe ich hier ein bisschen erde sind vorgenommen geht nicht okay das war was anderes hier genau ich habe er das vorgenommen kommt dann lava bei raus habe ich schon erstellt ja so was passiert wenn ich steam und okay das geht nicht steam und smoke okay steam und worte okay mit steam kann ich nichts mehr anfangen habe ich mit staub und so was anfangen kann genau und gar nicht bekommen so kann ich ganz oder auch anzünden eine explosion das element aha so gucken wir mal also ich habe ja verschiedenste sachen ich habe ja auch luft okay damit kann ich nichts anfangen okay ich kann mit dem ganzen zeug nicht anfangen ach so doch aber es ist halt nichts verwendbar ist feuer plus wasser ist zum das kenn ich schon ja kann ich vielleicht ja bringt nichts also prinzip ist klar ich glaube man kann auch drei sachen miteinander kombinieren ich will einfach mal sagen ich nehme mit und dann noch ein bisschen wasser okay schade hat nichts gebracht aber irgendwas muss man auch mit dem ziegelstein machen können was das ziegelstein ich glaube ich brauche irgendwie beton nee kann ich nichts mit machen vielleicht hier nee also ich weiß nicht wie ich betonen machen kann hoch was er jetzt macht okay das kann ich vielleicht auch da geht's nicht okay okay da kann nichts machen ich will jetzt mal vorschlagen wir kombinieren mal alles mit feuer okay das ist rauch kommt nichts bei raus auch nicht da passiert gar nichts feuer und feuer aber guck mal was haben wir noch feuer und feuer hatten wir schon kann powder ist explosionen lava ist auch nichts ja eigentlich logisch das ergibt den stein und das ergibt wieder das okay dann probieren wir mal ein paar sachen mit energie zu verbinden wasser und energie gibt nichts wasser und luft was haben wir denn da wasser und luft energie und luft ergibt hitze okay gut guck mal energie und der stein nix energie und erde und dann probieren wir noch mal uns eine super wache wache zu züchten das geht nicht wasser dann können wir alles machen luft geht nicht das habe ich aber glaube ich schon alles ausprobiert okay da geht nichts mehr so was können wir noch mal hitze und wasser was gibt denn hitze und wasser in dem fall nicht so okay Okay. So, Hitze und Wasser. Was ergibt das? Okay. Dann haben wir das schon. Hitze plus Lava. So. Also da haben wir mal nichts mehr. Was kann man denn da mit Energie machen? Äh, Energie meint ich. Sorry. Gar nichts. Verbrennen kann ich es auch nicht. Schade. Nö. Ein Berg. Kann ich mit Berg und Hitze noch irgendwas machen? Nee. Berg und Explosion? M-m. Warum geht denn da nichts? Ähm. Und mit dem Vulkan kann ich nichts machen. Zumindest jetzt nicht. Gangpowder. Was kann man noch machen? Gangpowder und Energie geht nicht. Ähm. Ich will eigentlich keine Dreierkombination machen. Wasser. Das. Also. Ich hab keine Ahnung davon. So was machen wir in Chemie nicht. Also. Ich weiß von nichts. Okay. Probieren wir mal das hier. Und Energie. Was kann man denn mit Energie so machen? Zu unserem Zeitpunkt. Kann ich da irgendwas. Energie und Hitze? Nee. Hitze. Was kann ich mit Hitze machen? O-m. James. Wärme. Hehehe. Okay. Das ist interessant. Okay. wo habe ich das jetzt das müsse doch irgendwo sein was wir jetzt gemacht also luft und energie ach so ne das war wärme und wärme und luft ja wo habe ich das jetzt das steht dann nirgends wo wo ist denn das okay vielleicht bin ich einfach so blöd und über sich die ganze zeit egal dann habe ich schon ein paar andere sachen mit luft probieren wir mal luft und wasser habe ich schon da passiert auch nichts luft und lava stein ist mir jetzt neu stein und hitze metall okay kann ich mit metall und energie das kann ich dann machen okay da kann ich nichts machen die teile und lange gibt keine herzliche schade das wäre es jetzt gewesen metall und luft was ergibt es rost metall und rost kann ich damit was anfangen das ist dann probieren wir es mal so ob ich damit anfangen kann aha ein boiler aha so jetzt haben wir das erste moderne ding okay dann stellen wir den boiler mal hier auf diese seite gucken wir mal kann ich mit metall und boile und was anfangen metall und luft gibt rost so metall und erde okay dann haben wir mal das hier so metall war mal metall 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 okay metall und energie haben wir schon glaube ich mit tal und explosion eine granade die explodiert aha metall und feuer haben glaube ich schon mit tal und hitze geht nicht mit tal und lava okay mit metall und metall metall funktioniert auch nicht da geht auch nix nein ich will metall und jetzt hat was man hört also kann ich damit vielleicht irgendwas machen oder brauche ich dafür erde kann ich dann feld machen tatsache okay mit feld und boiler kann ich auch nichts anfangen okay gucken wir mal feld und steine vielleicht ne feld und wasser schade okay mit dem feld können wir erstmal nichts anfangen gucken wir mal könnte noch irgendwas machen was kann man damit machen ich würde jetzt eigentlich sehr gerne versuchen irgendwie betonen oder sowas hier zu stellen das müsste glaube ich so gehen damit nicht damit nicht erde 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 hier geht das das geht auch ach so da haben wir schon das ok das habe ich noch gar nicht ausprobiert was kommt da raus ich sehe es immer noch nicht luft und stein nach so stein haben wir schon kann ich damit irgendwas anfangen nein steinige erde kann ich machen land aha heißt wir haben mit stadt ach so neben das ist ein erdbeermärzer mann wir tun ok kann ich das land verbrennen das wäre es jetzt feier nee kann ich auch nicht land und luft er gibt stadt land und metall keine stadt land und berg nö nö aha was kommt dabei aus ein field ok dann habe ich das auch schon erledigt ok kann ich land und stein machen ne kann ich land und energie machen haut auch nicht hin ok ich kann auch keine häuser bauen ah das geht nicht ah ja 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 ich das jetzt hier nein zu mir ne hä ich steig hier absolut nicht durch ich kann ein boiler nicht einfüllen kann ich ein haus mit irgendwas bauen boiler und ne ähm enzyklopädie items wenn ich jetzt was kann ich denn im store eigentlich machen müsste ich gern ok da kann ich nichts machen settings ok ne da kann ich nichts machen kann ich vielleicht warte warte rost und wasser ne ok was kann ich denn mit rost machen ok damit geht nichts ne rost und luft wird auch nichts metallplatte und ne das brauche ich auch nicht was kann man denn noch so damit machen hm wir können hier da kann man schrott draus machen ne ok ich probiere jetzt einfach damit nochmal ein paar sachen aus hier stein nimm stein nimm wasser nimm vulkan ich hab das falsche weg getan smoke and dust funktioniert auch nicht ja ok ich weiß es nicht ich hab keine ahnung ne damit kann ich auch nichts anfangen clean habe ich schon gemacht hints aha ok ich würde sagen wir sehen uns dann gleich wieder im ich probiere mal einen hinweis zu bekommen bis gleich so ich habe etwas dazu bekommen ähm meinstor brauche ich nicht und zwar habe ich etwas durch den hinweis bekommen und ich wüsste jetzt gerne wo der ist ein kontinent so hier kontinent ist das überhaupt das wasser oder ne komm wo stehts wo stehts der kontinent items hier kontinent wie mach ich denn ich habe keine ahnung ne ich habe absolut keine ahnung ne ich habe absolut keine ahnung wie ich den kontinent mache plus berg wäre zu schön gewesen ein vulkan könnte ich vielleicht plus irgendwas nochmal machen wäre zu schön gewesen vielleicht ein erdbeben ne ne ähm naja kann ich auch nichts mit machen nein ich will rost haben ich habe ich habe ganz vergessen ganz viele sachen dass ich noch nichts mit sich selbst kombiniert habe genau das war's da passiert nix energie plus energie passiert auch nichts damit passt auch passiert auch nichts ne das geht auch nicht ok erde erde ah schon kommt wieder was ach so ne das ist land schön ein kontinent ist ein weiterer ein planet ja genau planet plus luft eine atmosphäre wir haben etwas ok ok ich kann zwei planeten miteinander druck ach so das sind zwei atmosphären ok zweimal druck ähm ok was kann ich mit druck machen klappe ah aber da kann ich was mit machen ein geys hier aha ok kann ich da was mit druck machen was kann man noch mit druck anfangen weiß ich nicht ist mir egal so luft und luft habe ich noch gar nicht kombiniert ah auch druck ah schön eine schere ja warum bin ich da nicht so weit drauf gekommen wie man kann es ja mal probieren ne so was kann ich denn mit einer schere durchschneiden theoretisch rost ne metal ah das ist die schere weg gewesen ne was kann ich mit einer schere denn durchschneiden dann passiert nichts kann ich eine rostige schere machen ne ne ok zwei planeten habe ich miteinander kombiniert da kommt ja die ach so da kommt ein sonnensystem raus ja genau zwei sonnensysteme sind eine galaxie oder was genau und was sind dann zwei galaxien ich habe jetzt kommt nichts mehr ein galaxienhaufen ok zwei galaxienhaufen was kommt jetzt ein universum so was kommt bei zwei universen ok weiter geht es nicht ich kann ja noch nie was im durchschneiden ne da kann ich auch nix machen ok was haben wir noch nicht miteinander kombiniert den boiler hm geht nicht das hatte ich schon das war die schere ähm zwei atmosphären war druck zwei kontinente war ein planet zweimal erde war land ähm zwei explosionen hm eine atombombe die zu explodieren bringen vielleicht kann ich die atombombe aber mit irgendwas kombinieren ich habe keine mehr ok zwei feuer das iad energie raus haben wir noch irgendwas nicht miteinander kombiniert laber und laber okay kommt nichts bei raus okay ein zwei berge jetzt nicht kann ich zwei berge miteinander kombinieren zwei dann kommt der kontinent bei raus aha okay das geht nicht kommt leider kein traktor bei raus ist wieder schön aber zwei steine habe ich vergessen da endlich eine mauer zwei mauren werden zum haus genau zwei häuser werden zur stadt hoffe ich mal na doch zwei dörfer werden zur stadt genau zwei städte wenn die zu großstadt oder zum kontinent die ist weiter oben okay aber ihr wisst was jetzt kommt okay zwei artbäben geht nicht zwei scheren eine zange werden können weiß ich ja nicht druck das wäre sehr interessant gewesen was das dann gewesen wäre okay ich weiß nicht was ich mit dem boiler anfangen kann weil das haben wir schon probiert zwei mal wasser aber noch gar nicht probiert mhm meine pfüße okay ähm können wir vielleicht was haben wir zahlen was kann ich denn damit anfangen kann die überstände stadt machen nee ich will jetzt gerne einen boiler eigentlich befüllen aber ich weiß nicht wie hochwasser und wand aha ein damm okay kann ich zwei dämmen miteinander kombinieren ich muss doch eigentlich eigentlich irgendwie auch eine brücke hinbekommen mit dem zeug hier das haben wir das hatten wir schon zwei mal wenn der hat das haus jahr passt ähm ach so vielleicht kann ich ja ne geht auch nicht ja falls ihr irgendwelche ideen habt schreibt es doch gerne in die kommentare was ich hier noch kombinieren soll und kann und will und würde und weißt du guck was ah da kommt noch was na auch ne wand schön also falls jemand weiß was ich noch kombinieren könnte soll sein wohl willen weshalb ähm ja schreibt es in die kommentare ich werde das spiel noch ne weile behalten vielleicht selber noch ein bisschen rum experimentieren ja und jetzt wünsche ich einen wunderschönen traumhaften tag ciao ey 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 Bis zum nächsten Mal.